Boxmittelgewichtschampion Saul Canelo Alvarez hat den teuersten Vertrag der Sportgeschichte unterschrieben. Nach Medienberichten wurde der Mexikaner für fünf Jahre exklusiv vom Streamingdienst Dazon unter Vertrag genommen. Der 28-Jährige soll für elf Kämpfe in fünf Jahren 365 Millionen US-Dollar kassieren. Er fühle sich durch den Vertrag geehrt, sagte der Sportprofi. Beim Jahresgehalt hat allerdings Fußballer Lionel Messi die Nase vorn mit 84 Millionen Dollar.